Die Fertigung von orthopädischen Maßschuhen ist dann indiziert, wenn sich eine Fehlstellung der Füsse mit einfacheren Massnahmen wie orthopädischen Einlagen oder Serienschuhen nicht korrigieren lässt. Am Anfang dieses Prozesses nehmen unsere Orthopädie-Schuhmacher vom Fuss des Patienten ein Gipsnegativ und analysieren die Trittspur, um so die optimale Fussbeton zu definieren. Über Gipsform, Schuhleisten, Folieprobe und Lederprobe entsteht schliesslich ein individuell gefertigter orthopädischer Massschuh. Um den vielfältigen Bedürfnissen und Vorlieben unserer Kundschaft zu genügen, wird jeder Massschuh individuell nach den Wünschen des Patienten produziert. Mit wiederholten Anproben und ausgedehnten Gehversuchen auf verschiedenen Böden wird gewährleistet, dass sich der Patient in seinen neuen Massschuhen hundertprozentig wohlfühlt.